Hallo, das ist Ramya und wir spielen heute Fae Farm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das kommt jetzt gerade neu raus für den Nintendo Switch und auf Steam. Und ich sah super cute aus, deswegen dachte ich, wir können das mal zusammen spielen. Alrighty, wir fangen an und erstellen unseren Charakter. Ich liebe das Charakter erstellen, ohne Mist, das in jedem Spiel ist mein Lieblingspart. Aber wir werden sehen. Okay, also ich habe mir hier schon ein bisschen was bereit gemacht, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Haare. Und zwar, es gibt super viele cute Sachen, weil guck mal, wie viele Hautfarben man ausdrücken kann. Ich habe mich hier sehr großzügig braun gemacht. Haare bin ich mir nämlich noch nicht ganz sicher. Ich finde die hier sehr süß, ich bin nicht so ein super, super Riesenfan von dem Pony. So ansonsten sind die sehr niedlich, aber die geben mir so ein bisschen, ich weiß nicht, die geben mir noch nicht so die Farm-Vibes. Die hier geben mir halt Farm-Vibes. Die sind halt super niedlich, auch mit diesem kleinen Kopftuch. Aber offizielle Meinung ist, glaube ich, dass die hier am niedlichsten sind. Die sehen ein bisschen aus wie die Roblox-Haare von Easy, actually, wenn ich drüber nachdenke. Aber die sind halt sausüß und ich liebe den kleinen Seitenschwung und du hast diese kleinen Bands und alles klar. Wir haben unsere Haare, wir haben unser Outfit, wir haben, ich glaube, ich bin zufrieden mit dem Rest. Dann können wir unseren Charakter abschließen. Eines Tages fand ich eine Flaschenpost im Sand. Okay, okay. Das hier ist scheinbar erstmal das Tutorial, das ist sausüß, wie das gezeichnet ist. Die Botschaft lud mich ein in ein fernes Land. In der Botschaft ging es um eine Insel in Not, eine Insel wie keine andere, eine Heimat für mutige Menschen. Sie war so freundlich geschrieben. Mit Abenteuerlust im Herzen und dem Wind im Rücken machte ich mich auf den Weg. So eine gefährliche Reise und mein Boot wurde zerschmettert. Oh nein, mein Boot wurde zerschmettert. Ich klammerte mich an das Wrack. Meine Segel waren ganz zerfetzt. Plötzlich beruhigte sich der Segel. Oh, so hübsch. Und dann sah ich es. Kapitel 1, willkommen in Asoria. Okay, Asoria ist die Stadt, in der wir wohl jetzt leben. Okay, wir haben... Sehr cute. Sehr, sehr cute. Das bin ich. Sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Ninja-Krieger. Mit den Handschuhen und so. Ich sehe aus, als könnte ich hier auch mal eine Runde kämpfen. Sage ich euch ganz ehrlich. Okay. Meine verantwortliche Bürgermeisterin Merit. Hi. Hola. Meine liebe Güte, sieh mal an, was die Flut angeschwemmt hat. Geht's dir gut? Du bist dran, ja. Und hast du eine Flaschenpost gefunden? Das ist wahr. Das ist ja wunderbar. Ich war diejenige, die sie ins Meer geworfen hat. Kaum zu glauben, dass es wirklich funktioniert hat. Ich bin Bürgermeisterin Merit und du bist klitschnass. Ja, danke. Danke für nichts. Aber trotzdem schön, dich kennenzulernen. Oh, das Haus? Ja, es ist noch zu haben. Ehrlich gesagt, bist du die einzige Person, die unsere Insel versucht hat zu erreichen. Nein. Sie sind wunderbarer, magischer Art, voller Behaglichkeit und toller Freunde. Aber wir sind für uns strudeln, regelrecht und zingelt. In den Bergen tobt ein Schneesturm, der schon seit Jahren sein Unwesen treibt. Außerdem haben wir einen aktiven Vulkan, der auszubrechen droht. Und dann ist er noch die Sache mit der wilden Magie. Sie hat unser Gerümpel beseelt. Dieses Problem konnten wir aber zum Glück in die Minen verbannen. Oh, und von den Schatten und den Dornen will ich gar nicht erst anfangen. Aber das klingt ja supi. Das ist ja richtig klasse. Jawohl. Azoria ist ein echtes Paradies. Das klingt so. Okay. 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 Was? Nein. Geh nicht weg. Du kannst uns ja wegen all den Strudeln sowieso nicht verlassen. Aber ich mach dir ein tolles Angebot. Ja. Okay. Super. Da ist das. Ein Begrüßungspaket kriegen wir. Na gut. Schau mal. Eine lustige Karte. Ne. Also ist klasse. Wir sind ja wohl auf einer wilden Insel gefangen. Wir kommen hier nicht weg. Überall sind Schneestürme, Wasserstrude. Aber zum Glück haben wir eine lustige Karte. Und da kann ich alles drauf finden. Also supi dupi. Na gut. Dann hab ich wohl keine Wahl. Wir nehmen das an. Ja. Ob mir ist bitte hier gefallen. Na klasse. Ich bin scheinbar ein guter Ding. Also mein Charakter auf jeden Fall. Dann lass uns mal die Karte öffnen. Heim. Okay. Okay. Wir gucken uns jetzt erstmal unser Zuhause an. Okay. Weil ich kenn mich hier noch nicht so aus. Und ich wüsste gern. Oh. Oh. Ich liebe so Farmspiele. Ohne Mist. Oh mein Gott. Die Stunden um Stunden um Stunden. Die ich in sämtlichen Spielen, die irgendwie so Lebenssimulationen, Farmspiele, irgendwas in die Richtung gehen. Einfach brachte. Wie sag's euch. Okay. Aber es sieht sausüß aus. Wir haben hier ein kleines Feuerchen. Und wir gucken mal in unseren Bau. Alles klar. Mein Haus ist bis jetzt noch nicht so wild. Ich habe ein Rucksack-Inventar erhalten. Das ist auf jeden Fall gut. Dann kann ich nämlich die Sachen horten. Hier ist mein Bett. Okay. Es ist ein Bett. Hier sind meine Säcke. Kann man nie genug von haben. Und natürlich mein Haufen alte Post, die ich nicht mehr lesen kann. Oh ja. Okay, die Bürgermeisterin besucht mich. Hallo. Nochmals vielen Dank, dass du nachher zu Uriah gekommen bist. Ich hoffe, du bleibst noch länger. Ich habe nicht direkt eine Wahl. Was hältst du von deinem neuen Zuhause? Supi. Findest du sehr schön. Gib deinem Zuhause doch deinen eigenen Namen, um ihm eine ganz eigene Not zu verleihen. Heim. Wir nennen das Ganze so, wie es später werden soll. Okay. Wir bauen das ja noch aus. Deswegen nenne ich das hier Palast. Okay. Das wird, das wird, das wird groß und prächtig. Aber Bauernhof. Dieses Haus hat einen Bauernhof. Ja, kein Wunder. Er hat schon bessere Tage gesehen. Muss etwas geschrippt werden. Äh, ja, kein Ding. Ich liebe es, sauber zu machen. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Aber ich kriege mein eigenes und brandneue Werkzeuge. Hoho. Okay, 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 okay. Es wird automatisch das richtige Werkzeug für die Aufgabe gewählt. Supi, dupi, das ist gut. Mit diesen Werkzeugen kannst du alle möglichen Dinge erleben. Und ich kann sie später verbessern. Okay. Okay. Dann, äh, uh, wir sind, oh mein Gott, sind wir schnell. Warte mal, waren wir eben schon so schnell? Ich fühle mich schnell wie der Wind. Was kann ich hier machen? Deine Axt ist nicht stark genug zum Holz hacken. Alles Kärchen. Äh, kein Problem, aber Gras kann ich ernten. Zack, zack, zack. Schuck, schuck, schuck. Äh, Pflanzenfasern meine ich natürlich ernte ich hier. Um ein bisschen, oh, und Rucola. Plus eins Rucola. Minus eins Pflanzenfaser. Zack. Die sind aber voll hübsch. Ich will die gar nicht kaputt machen. Ich will eigentlich, ich will die Pflanzenfasern. Egal, Steine kann ich auch hacken. Sehe ich hier. Zack, zack, zack. Okay, hat geklappt. Supi, dupi. Ah, okay, da kriege ich mehrere Steine raus. Weltklasse. Warte, den? Ach, das sind zwei verschiedene Arten. Okay, das ist ein prächtiger Holzstamm und das sind nur Buchenstämme. Buchenstämme kriege ich hin. Okay, na gut. Kein Problem. Habe ich verstanden? Mache ich so. Dann hole ich jetzt noch ein wenig Rucola, weil wir müssen ja auch was speisen schließlich in unserem kleinen Domizil. So, hier noch ein Rucola, da noch ein Rucola. Und ab zur Bürgermeisterin. Ist die noch oben? Ist die noch bei meinem Haus? Ja, perfekt. Perfekt. Ich habe nun sauber gemacht. Kein Ding. Party People, keine Sorge. Ich weiß, unsere Einrichtung ist noch karg. Aber wir bauen nun, wie unsere Aufgabe es uns sagt, einen kleinen gewebten Hocker. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Baukatalog. Wir bauen diesen Hocker. Wir haben den Hocker schon gebaut. Und der kommt jetzt hier hin. Wow. Oh mein Gott, Leute. Wir kochen. Wir kochen. Wir kochen aus unserem Rucola, kochen wir gegrilltes Blattgemüse. Perfekt. Fünf gegrilltes Blattgemüse gibt es. Ich meine, klar, sind es am Ende des Tages einfach nur warme Blätter. Tja. Aber mehr gibt es halt einfach gerade nicht, okay? Wir haben hier noch nicht so viel zur Verfügung. Und irgendwas müssen wir ja essen. Also, die kochen auf jeden Fall schön. Das da oben drüber, da sieht es aus, als ob wir Brot backen. Aber das tun wir nicht. Wir grillen nur Rucola. Das ist übrigens richtig cute. Ich habe das gerade gesehen. Theoretisch, also ich bin offline, aber theoretisch kann man das auch mit Freunden spielen. Habe ich beobachtet. Da muss man sich nur einmal anmelden. Und ich habe aber keine Freunde, die mit mir spielen wollen. Denn es ist A abends und B, ja, ist es halt einfach so. Okay. Ich kann auf jeden Fall mein Blattgemüse mitnehmen. Zack, zack, zack. Ich bin nun gut ausgestattet. Ich finde es süß, dass man immer am Anfang seine kleinen Questaufgaben kriegt. Das ist eigentlich ganz nice. Okay, wir schauen auf jeden Fall mal, was man machen kann. Weil wir wollen natürlich auch farmen. Okay, wir haben bis jetzt nur dieses Feuer gebaut und unseren kleinen Dings gepflanzt. Aber wir möchten natürlich auch eine große Farmer schaffen. Also, was wir hier alles so ein bisschen machen können, ist, denke ich... Uh, oh, Dornen. Also, wir haben hier ein paar Dornen. Das ist aber kein Problem. Wir können trotzdem erstmal was anbauen. Wir können Sachen fangen. Wir können springen. Wir können... Uh, ich sehe da beschaust die Dornen. Wir können kochen. Wir können bauen. Wir können fischen. Wir können meinen. Wir können später auch Tiere halten. Was richtig, richtig cool ist. Weil, äh, wer will keine Tiere halten? Ich denke, jedes Spiel wird besser dadurch, dass man Tiere halten kann. Und es ist alles recht intuitiv. Äh, der wählt zum Beispiel ja dein eigenes Werkzeug aus. Die Steuerung ist nicht sehr schwierig. Ich spiele an der Tastatur. Von daher ist es eh nicht so schwer. Aber ich glaube, am Controller ist es nochmal angenehmer. Zack, kommt bang. Ich hacke hier ein bisschen Holz. Ich sammle ein paar Ressourcen. Sammle ein bisschen Rucola. Nämlich Platz mache für unsere Farmen, die wir später bauen wollen. Oh, was ich auch voll cool finde, ist, dass man die ganze Zeit so ein bisschen Vogelgeswitscher hört. Und so kleine, süße Geräusche. Und ich meine, klar, sie ist gerade angeschränkt. Deswegen macht sie ab und zu ein bisschen... Oh, Abholz-Nübel 2! Deswegen macht sie ab und zu so ein bisschen angeschränkte Geräusche. Aber würde ich auch machen. So, okay. Zack, pump, peng. Wir hacken hier diesen Baum. Ich will hier aber alles erstmal schön machen, damit ich halt ein schönes Feld machen kann. Wisst ihr, was ich meine? So. Ich bin ein bisschen perfekt... Oh! Oh, man kann hier einfach runter? Ah! Okay, ich habe irgendwie ein bisschen mit einer unsichtbaren Mauer gerechnet. Aber da war jetzt nicht direkt eine. Okay. Alles klar, hier muss ich halt so ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich da einfach runterstürze. Aber ich glaube, da vorne ist der perfekte Platz für mein kleines Feld. So. Fertige und platziere einfaches Bodenbeet. Das sollte ich hinkriegen. Und zwar Baukatalog. Zack, bumm, bang. Feldarbeit. Einfaches Bodenbeet. Okay. Dann machen wir hiervon ein paar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh! Okay, man kann es sogar machen, wo man gerade draufsteht. Nicht schlecht. So. Dann haben wir das fertig gebaut. Und jetzt soll ich Rübensamen platzieren. Oh, ich habe noch Rübensamen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Perfekt. Warte, aber ich will meine Samen gießen. Okay, kann ich... Ich will doch nur meine Samen gießen. Kann ich das machen? Kann ich hier diese Gießkanne verwenden? Okay. Nicht, dass hier nichts wächst. Yes. Ja, 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 ja. Ganz, ganz andere Erfahrung. Zack, bumm, bang. So, die Gießkanne hat noch ein bisschen... So, kleine Blümchen, ihr könnt wachsen. Wir gehen jetzt zu Eddie dem Seemann. Wie ich da hinkomme, fragt ihr euch? In die Verweilbucht. Okay, kein Problem. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Hier geht es lang. Oh, da ist es Richtung Stadtzentrum. Oh, das ist voll cute. So, Treppe runter. Dann einmal hier lang. Dann über die kleine Brücke. Da sind Fischlis. Dann sind hier andere Dorfbewohner. Mit euch kann ich nachher sprechen. Aber jetzt nicht. Jetzt muss ich zu Eddie. Okay. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Hier runter. Da ist eine Möwe. Okay. Hier runter. Ich glaube... Krabbe. Hallo, Krabbe. Krabbe, nein. Krabbe. 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 Lass dich fangen. Krabbe. Krabbe. Wieso will die nicht? Alter, die ist einfach weggesprungen. Als ob die jetzt hier einfach abgehauen ist. Die wollte gar nicht gekrabbt werden. Na gut. Schade. Oh. Ah. Ich kann schwimmen. Ich denke, ich kann Fisch mit bloßen Händen fangen. Oh mein Gott. Wie cute. Okay. Okay. Wir müssen hier raus. Ah. Puch. Oh mein Gott. Ich bin volle Kanone gegen den Stein gesprungen. Das tut mir leid. What? Ah. Nein. 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 Oh. Was? Okay. Das war ein bisschen crazy. Da habe ich nicht mit gerechnet. Da war einfach... Ich meine, die haben gesagt, die Hinnsel ist von Strudeln umgeben. Aber macht es nicht nach. Okay. Das ist gefährlich. Wir schwimmen nicht in Strudeln. Aber keine Sorge, weil das hat uns auf direktem Weg zu Eddie. Dem Seemann gebracht. Ein Lärchen. Einmal habe ich einen Thunfisch gefangen. Ich habe noch nie einen Thunfisch gefangen. Aber ich wünschte, ich kenne es. Aber Fische mit bloßen Händen fangen. Ich habe es versucht, Eddie. Ich habe es versucht. Ich habe gehört, dass du einen kleinen Bauernhof hast. Das ist wahr. Aber egal. Denn nur mit einer Angelrute in der Hand macht das Leben einen Sinn. Glaube mir. Das Meer ist mir allemal lieber als die Bäume. Heißt das, du gibst mir eine Angelrute, Eddie? Bitte lass mich angeln. Oh mein Gott. Yes. Look at me. Ich bin ein kleiner Angler. Okay, Eddie. Pass auf. Pass auf und staune. Da ist ein Fisch. Ich glaube, das ist eine saugute Position. Das ist halt eine sauschlechte Position, die ich hier gerade eingenommen habe. Egal. Wir versuchen es nochmal. Ich hoffe, der Fisch dreht sich nochmal zu mir. Ich werde dich fangen. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Du weißt. Äh. Okay, warte. Einziehen. Ah. Man soll gucken, dass es nicht rot wird. Ja. Als ob dir... Ja. 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 Nein. Ja. Nein. Fast. Nein. Nein, nein, nein. Ja. Mhm. Ah. Nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht. Also. Nein. 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 Nicht. Nicht, nicht, nicht. Ja. 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 Oh. So. Gar kein Problem. Ich habe meinen eigenen Lachs gefangen. Ahoy, Eddie. Ich habe meinen eigenen Lachs geangelt. Es war auch gar nicht schwer. Es war klar. Ja, was für einen ungeübten Angler wäre es vielleicht ein Problem gewesen, aber für mich. Ich bitte dich, Eddie. Ich bitte dich. Oh mein Gott, jetzt treffe ich den Imker. Heißt das, ich kann ein Bienchen fangen? Oh mein Gott, ja. Ich hätte so gerne Bienen. Ich würde die so gerne fangen. Okay, mit den Fischen. Ich glaube, ich werde eher ein Imker als ein Fischer. Also mit Fischen habe ich jetzt wenig eigenes Talent gezeigt bisher. Aber das ist kein Problem. Aber wir treffen jetzt ja auch einen Imker und dann sind wir gleich da. Oh, das ist in Weststadt. Okay, das ist direkt, direkt ums Eck. Das heißt, wir sind hier eigentlich fast da. Ich bin Mel. Ich hoffe, es geht dir gut. Es ist schon lange her, dass jemand Neues auf die Insel gekommen ist. Die Bienen sind deshalb schon ganz aus dem Bienenstock. Sie sind nicht aus dem Häuschen, okay? Sie sind aus dem Bienenstock. Ich bin auf den verlassenen Bauernhof gezogen. Ja, das ist korrekt. So, ich möchte gerne... Oh, ich kann Tiere fangen. Ich habe ein Tierchennetz. Okay. Ich rüste mich mit dem Netz aus und ich schwinge das Netz, um ein paar Tierchen zu fangen. Das klingt halt so viel einfacher als Angeln, sage ich euch ganz ehrlich. So, ich werde den Gegenstand wechseln. Yes, das ist das Tierchennetz. So, was fangen wir denn? Was fangen wir? Einen... Käfer, glaube ich. Ein Glühwärmchen. Ja. Invecter, wo seid ihr? Was ist das? Eine Motte. Ein Schmetterling. Ist mir völlig egal, du wirst gefangen. Ein Nachtfalter. Zack. Okay. Was ist das? Noch ein Nachtfalter oder ist das ein Schmetterling? Nee, das ist noch ein Nachtfalter. Na gut. Ich nehme es. Eine Schnecke. Nicht nur irgendeine Schnecke. Eine gefleckte Weinbergschnecke. Wow. Okay. Hier sind voll viele von den Schnecken. Ich dachte, die wäre selten. Aber na gut. Ich fange noch ein paar. Weil die sind ja eh schon hier. Dann kann ich ja auch, wenn ich das Netz eh gerade habe, kann ich ja auch noch ein paar Schneckis fangen. Äh, hier. Ich habe deine Tiere gefangen. Behutsam. Vergiss nicht, dass die Tierchen dir kleine Geschenke hinterlassen können, wenn du sie in dein... Was? Wenn du sie in dein Glashaus bringst. Oh mein Gott. Wie süß. Handelsgilde gibt es auch hier. Und einen Marktplatz. Okay, ich werde mich jetzt mit dem Handelsvorsitzenden treffen. Das verstehe ich, dass ich das machen soll. Oh mein Gott. Ich will halt so gerne so eine kleine Tierchenfarm bauen. Das klingt halt fantastisch. Ich würde auf dem Weg noch ein paar Tierchen fangen. Äh, weil man ja auch seine Fähigkeiten auflevelt, wenn man das öfter macht. Das ist ja so ein bisschen wie einem, äh, normalen RPG, sag ich mal. Das ist eigentlich ganz gut, weil ich denke, dann werde ich auch ein besserer Tierchenfänger. Und da sind wir. Ulla, willkommen. Hallöchen. Ich wette, du hast einen Haufen Sachen in deinen Taschen, die du gerne loswerden würdest. Ich habe ein bisschen gesammelt. Ja. Ich kann... Okay, die Währung hier in der Stadt sind wohl Florin, okay? Oder Florin, keine Ahnung. Eins von beidem. Jedenfalls möchte ich gerne mein Zeug für ein paar Florin verkaufen. Hier und jetzt und gleich. Wir haben viele Käufer, die sowohl nach Schrott als auch nach Edelstein hungern. Dann werde ich mal versuchen, was zu verkaufen. Kein Problem, denn ich habe großes Interesse daran. Das hier ist dieser Markttisch, okay? Da kann man Sachen drauf verkaufen. Ich verkaufe meine Schneggis. Ich verkaufe meine Falter. Okay, pass auf. Ich will halt eins von allem ins Gewächshaus bringen, damit das verschiedene Einwohner hat. Und dann verkaufe ich... Den Rest behalte ich mal. Ich kann mir vorstellen, dass ich den noch brauche. Ah, nee. Miesmuscheln. Miesmuscheln möchte ich gerne verkaufen, aber kann ich nur eine pro Slot. Das ist kein Problem. Warte, was passiert? Was ist mein Tag? Ist der Tag vorbei? Ein neuer Tag hat begonnen. Montag, Tag 2 im Frühling. Jahr 1. Ich habe noch nicht gefällterbeitet, aber ich habe gesammelt und ich habe Tierchen gefangen. Ui, habe ich Tierchen gefangen wie ein Wahnsinniger. Ich glaube, das ist das, was ich verkauft habe. Ich habe 85 Duplonen bzw. Fluris. Perfekt. Ich bin sehr zufrieden. Ein dorniges Problem. Endlich. Wir kommen. Wir machen irgendwas gegen die Dornen. Ah, ich habe wohl in meinem Häuschen einfach geschlummert. Okay, sehr schön. Kein Problem. Was ist das? Ein magischer Unfug. Hier sind vielleicht ein paar ungewöhnliche Dinge aufgefallen, die in Asuria vorfallen, aber es ist nichts Ernstes. Aber irgendwie schon. Kannst du bitte zu mir kommen, damit wir darüber reden können. Alaric, der Zauberer. Warte, heißt das, ich kann auch ein Zauberer werden? Weil das wäre ein bisschen amazing. Ich würde halt voll gerne ein Zauberer werden. Aber was auch richtig cool ist, was ich gehört habe, was man in dem Spiel machen kann, man kann, es gibt ja diese ganzen Charaktere halt, die Leute, die da wohnen, die ihr auch alle schon gesehen habt, hier auf der Map hier, die sich auch ein bisschen von A nach B bewegen und die halt einfach hier da sind. Man kann sich mit denen richtig anfreunden. Wenn man öfter mit denen redet, dann kannst du richtig Freunde werden oder du kannst auch zusammenkommen mit Leuten, habe ich gehört. Das ist sausausüß. Man kann, wenn man Leute, wenn man mit denen länger redet und die eine romantische Beziehung mit dir haben, du kannst sogar heiraten in dem Spiel. Voll neat. Okay, okay, okay. Das ist ziemlich cool. So, okay. Party People. Wir finden jetzt Alaric. Wo bist du? Oststadt. Wer bist du? Der Kleine mit der Brille. Süß. Okay. Kein Ding. Wir sind schon auf dem Weg zu dir. Auf schnellstem Wege. Das ist der Zauberer. Okay, wir nehmen hier eine kleine Abkürzung. Ab durch die Hecke. Der weißeste Zauberer der Stadt, aber auch der einzige Zauberer in der Stadt. Vielleicht bin ich ja auch bald ein Zauberer. Das ist mir voll cool. Ich will voll gerne ein Zauberer. Okay, wenn du irgendwelche Fragen zur Zauberei hast, kannst du immer zu mir kommen. Alaric. Ich liebe die Zauberei. Ich grüße dich. Ronja, ich bin Alaric. Der bescheidene Zauberer von Azoria. In Azoria gibt es eine Menge Magie. Wilde Magie und auch gefährliche, wilde, unkontrollierbare Magie. Aber er will mich nicht mehr unruhigen. Doch, aber weil schon. Sie ist nämlich ziemlich gefährlich. Aber ich fürchte mich scheinbar vor nichts, sage ich. Perfekt. Supi dupi. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde dir einen Zauberstab bauen. Du kannst dich damit schützen, um dir etwas von der wilden Magie zu Nutzen lassen. Ja. Und du hast Hunger, Alaric. Oh mein Gott. Natürlich kann ich dir was Leckeres kochen. Ich habe schon viel zu viele rohe Muscheln verschlungen. Ich mache... Oh, ich habe meine Muscheln leider alle verkauft. Aber ich hole dir eine frische Muschel vom Strand. Okay, kein Ding. Ich hole dir eine frische Muschel vom Strand. Ich grille die. Ich bereite dir ein köstliches Mahl zu. So. Uno momento. Auf zum Strand. Was ist das denn hier? Liebe Bimmchen. Hier sind wir auch schon am Strand angelangt. Nach kürzesten Umwegen. Oh, ich loote. Looten, looten, looten. So. Mies Muscheln. Normale Muscheln. Korallen. Sanddoller. Noch mehr Muscheln. Okay, wir müssen zurück zu Alaric. Ähm. Beziehungsweise ich muss erst mal kurz nach Hause rennen. Denn dort habe ich mein Feuer gebaut. So. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Aber ich denke, wir sind auf dem besten Weg nach Hause. Tatsächlich sind wir zu Hause angekommen. Wo ist mein Feuerchen? Hier ist mein Feuer. Wo kann ich Miesmuscheln machen? Hier. Alle Miesmuscheln. Ups. Zubereiten. Und zwar mache ich gegrillte Meeresfrüchte. Yes. Ich gehe mal kurz Richtung Stadtzentrum. Denn ich habe hier einige Sachen. Ich glaube, ich kann die Sachen halt noch nicht ins Glashaus tun. Ähm. Das ist scheinbar was. Das geht erst später. Deswegen werde ich die hier erstmal auf dem Markttisch platzieren. So. Was habe ich Schönes? Ich habe Sanddonner. Ich habe Korallen. Da kann ich richtig Einnahmen machen. So. Ich habe die Dinger. Und ich habe eine Schnecke. Und ich habe ein Glühürmchen. Und ich habe Marienkäfer. So. Will jemand noch mehr Marienkäfer kaufen? Kein Ding. Habe ich. Ich verkaufe sogar meinen Frosch. Oh mein Gott. Wie süß. Guck mal. Ein tapferer kleiner Frosch mit einer kräftigen Stimme. Der im Frühling durch das Flachland hüpft. Adorable. Ich kann mir halt vorstellen, dass bald jemand ein großes Interesse an meinem Lachs haben wird. Okay. Deswegen will ich den nicht verkaufen. Ich würde halt gerne den Lachs später verarbeiten. Zur Nahrung. Ich glaube die Miesmuscheln müssten gegrillt sein. Tup tup tup. Hier geht es hoch. Zack. Boom bang. Oh warte. Wir müssen gleich auch unsere Pflanzen gießen. Okay. Sind die Miesmuscheln fertig? Ja. Habe ich gesammelt. Pflanzen gießen. Wartet kurz. Wir holen unsere Gießkanne. Ah. Die ist einfach schon da. Ich glaube wir haben... Die aufgefüllt sind doch okay. Wir wollen natürlich auch, dass unsere Radieschen schön wachsen. Das wäre ja sonst tragisch. So. Zack, zack, zack. Mr. Zauberermann. Ich habe deine Miesmuscheln für dich. Aufgabe. Würde dir gerne was geben? Ich habe hier... Guck mal. Wir sind Bekannte. Ich kann es kaum erwarten, alles zu verschlingen. Guck mal, wie wir jetzt einfach Freunde sind. Also, okay, wir sind noch keine Freunde. Wir sind Bekannter. Aber wir werden Freunde werden. Treff mich morgen da, wo die Dornen am dichtesten sind. Wir testen die Robustheit eines Zauberstabes, bevor wir etwas Magisches in Angriff nehmen. Alles klar. Kein Problem. Kein Problem. Ich kriege 500 Florin dafür. Das ist ganz schön wild. Oh, ich werde reich. Leute, ich werde reich. Ich werde die Stadt irgendwann verlassen. Als reicher, reicher, reicher Mensch. Aber bis dahin muss ich weiter, ähm, Bienchen fangen. Ah. Na gut. Äh, ich denke aber, wir haben hier eigentlich erstmal alles erreicht. Ich muss jetzt eh in der Nacht drüber schlafen, bevor wir uns an den Dornen treffen können, weil der baut gerade meinen Zauberstab. Das heißt, ich werde hier einfach erstmal meine Farben weiter ausbauen. Das war's mit diesem Video. Äh, ihr könnt euch gerne das Spiel auch anschauen. Ich habe hier unten einen Link für euch in der Beschreibung. So, vielen lieben Dank am Fairfarm dafür, dass ihr das Video gespannt habt. Wie gesagt, wenn ihr euch das Spiel gerne angucken möchtet, dann schaut den Link in der Videobeschreibung. Der ist ganz oben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.